so einen wunderschönen guten tag heute haben wir ja gesagt gestern kleine abstimmung gehabt wir spielen heute fortnight heute mit zocker schlee und das auch schon alter ist das ein bisschen jetzt kannst du hier ein paar waffen eiern holen fahren wenn wir mal gucken wir mal wo der andere zweiten aber auch perfekt das ist ja ein bies von waffe alter schwede genetischer bummerang okay hier schießt irgendeiner auf uns die neunziger hält und da was ist das für eine waffe what the fuck hier liegt noch ein key oh was hat er denn da hier schallgedämpfte die scheinen kuh zu sein die waffe ist ja brutal ist hier ist ein gegner 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 schon wieder alter das ding macht zwei hits und die sind da und das ist doch total der arme wer du und zwei liegen schon auf der bretten okay ja schon kleiner sucht die dann ja der war glaube ich schneller dauern als sie lieb war was das denn hier wo puppen wurde okay beide und er krabbelt weg okay was hat er denn die schräge wache ich hab du was ich hab du was ich hab du was ich brauch was zu trinken okay haha haben wir auch jawoll ein gegner ja ich merk schon ja kannst du was drüber ziehen dann treff ich noch 22er noch ein 22er und der ist so low der ist so low ja ich hab mir das ganze schild weggeschossen der ist er der ist so anonym unterwegs der ist voll krasser streamer der soll ich sehen das ja die Leute soll ich sehen das ist stream ah Schritte hier die richtige ne ich mag die andere mehr nein wow 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 den kriegst du den kriegst du ja sehr schön so hier auch mein bot rettet mich das ist ja sehr geil cooler dude schneller ja na wer schießt er noch da hinten ok hat er denn hier Tresorschlüssel geil genannt der Herbock ja das war gut ja das war gut sehr schön ja schlüssel hab ich jetzt drei er hat mir einfach die mythische nachgebracht absolut genialer typ ich weiß nicht was du hier rumholst ja ich bin in art gelandet ich spiel es arg ja das ist auch cool erst mal was schlöfen ganz gut ganz gut erst mal suchen ihn an rumzubringen ja der hat nur ein spitze abett der läuft da oben schon ganz gemütlich rum und weiß gar nicht was ich bin oder ja wie immer die leute blenken er läuft da oben schon ganz gemütlich rum und weiß gar nicht was ich bin das steht einfach sein Leben ich will auch noch meinen Schlüssel abkriegen ok jetzt hast du ihn ja das Ding macht auch bösen Rabatz ja muss man schauen jetzt aber auch irgendwo macht der Hand der ist vorne ja ja kann er da in die Ecke ah hab ich auch perfekt ja ja bin da bin da da war ein Gegner von wo der schießt das ist ja Hammer ja gar nicht gesehen weißt ich hab kurz nur noch Wandel gesehen ich hab mich an der Hau gefahren ich hab mich an der Hau gefahren einer liegt einer liegt ganz in das weg und den haben wir auch perfekt ja super Kilo Granate Der Fott hat mich erst mal mit einer fucking Granate abgeworfen Ich bin auch mit der Schläge doch weggelaufen So, der ist down Hier, 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 bei mir, bei mir Jaja, ich hab auch gesehen Der ist fast down Einen hab ich Und da ist er, der ist so schön Zwei in den Bäumen Ein Duomatch gewonnen Endlich wieder links Sehr geil, sehr geil So, das ist jetzt der YouTube-Offload Hey, vielen Dank fürs Fall, oh, Beukerix Coole Sache Stark Ja, durch einen dummen Zufall Eigentlich nur ein Sieg gekascht jetzt, ne? Ja 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 Ja